Hallo zusammen und herzlich willkommen bei die GEMU. Ich bin Luca und bin im dritten Lehrjahr als Konstrukteur. Ich bin Luca, ich bin im ersten Lehrjahr und heute zeigen wir euch unseren Arbeitsalltag. Den Job habe ich ausgewählt, weil er sehr abwechslungsreich ist und ich ihn sehr spannend finden und durch die vielen Tätigkeiten wird es einem nie langweilig. Es ist ein Job mit Zukunft und man hat sehr viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei einer erfolgreichen Ausbildung muss man ein gutes Räumiges Vorstellungsvermögen haben und gut in Mathe und Geometrie sein. Als Konstrukteur bei der GEMU arbeitet man am Computer mit dem CAD-Programm. Das ist ein Programm, in dem wir 3D-Zeichnungen erstellen können. Man konstruiert Einzelteile oder Baugruppen und macht dafür eine Zeichnung, die man dann zur Produktion weitergibt. Unser Berufsbildner ist sehr kompetent und immer wenn man Fragen hat, ist er sofort vereinfacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir euch Interesse geweckt haben, dann bewirb dich doch noch heute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!